Drei, Zwo, Eins. Enemy in dir bei. Das wär's jetzt noch. Ah, ich bin auf den Spitzenzaun gesprungen. Oh. So. Oh Gott. Der lebt noch. Der hat ein ganz Magazin ausgehalten. Ich hatte ja auch einen gerade. Als ich die Trinkflasche draußen auf der anderen Seite vom Haus. Der lebt immer noch. Fragt mich nicht warum. Wusste. Der ist direkt... Ah, oh Gott, okay. Nördlich von dir am Haus war auch einer. Das ist eine. Da kommt noch mehr. Das ist... Oh, die hat gesessen. Die net hat gesessen. Komm, da kommt noch einer hinterher. Komm nicht auch noch einer rein. Da ist eine Fop. Ich seh die Fop. Genau auf dem Marker. Okay. Fuck, Kranaten. Nein, 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 nein. Ah, du bist gut geflogen. Das ist irgendwo ein Maschinengewehr. Ein freches. Ich glaub's. Ich glaub, ich hab's. Froschi, bist du da? Ich bin an der Fop dran. Ich komm mit. Oh ja. Ladung liegt. Fuck destroyed. Jetzt müssen wir nur die Gleesung am Strand aufholen. Ich bin an der Fop. Ich bin an der Fop. Ich bin an der Fop. Picken. Ich geb auf. Weiß Eis. Gott, ich bin grad miss. Jungs. Hallo. Ja, ist der drin. Wo ist der? Oben im Haus. Ja, ja. Ab ihn. Schön. Schön, schön, schön. Puh, das war knapp. Hätte er mich nur einmal schief angeguckt, wäre er staun gewesen. Weil ich war gerade am Nachladen. Problem. Ich laufe jetzt einfach hier eiskalt die Straße runter und werde gleich da dran verrecken. Careful, MG. Heli heiß. Ich hab'n Rally gefunden. Auf Attack. On Attack, Enemy Rally. First Floor. Unser Rally ist jetzt heiß. Rally ist hot. Rally ist hot. Ich hoffe, ich mach' den Rally heiß. Versuch' mir gar nicht mehr zu werfen. Jo, müsste sitzen. Ich guck mal, dass wir am Leben bleiben und nicht mehr zu dir kommen, ne? Ich hab' das feindliche Rally hier zerstört. Sauber. Der Marksman ist halt noch da, ne? Ah, wenn ich da hinkomme, ich überdreste jetzt ziemlich. Ah, die kommen jetzt rein. Ja, ansonsten... Renn rein und stirb. Und wir bauen an der vorbeinem Fahrzeugzelt. Aber erst nehme ich ein paar mit mir hier. Natürlich. So, diesen Rally. So, diesen Rally. Ich hab' den Rally gebaut. Benutz den schnell. Nein, nein. Juga. Der Tigger hatte schon jemanden mal der Pistole in den Kopf geschossen, dass wir gerne an den Rally setzen können. Des öfteren. Komm, wir gehen weiter. Die machen das schon. Ich vertrau' denen. Danke. Danke, dass du mir vertraust. Auf der Brücke haben die einen Spawn und da haben wir ein Brücker stehen. Oh. Was ist denn da für eine Party? Oh, wo, 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 wo kommt diese Dreckzau? Ach, ist doch zum Eiern. Vorsicht, da ist eine Party vor uns. Hm. Na. Die Party. Die Party. Die Party geht ab. Böhle. Böhle. Da sind so viele auf meiner Leiche gerade. Ja, ja. Die machen da Würstchen-Party. Freightech. Ja. Warte, wie komm ich runter zu dir? In einem Stück. Oh, fuck. Da schießt die Bren hinter den Kopf. Was ist denn die Sau? Ja, okay, deine. Haus mittendrin, oben drauf. Oben drauf? Ja, oberstes Geschoss ist der drin. Die kämpft wieder zurück, ey. Warum kämpft, warum fight it sind sie? Was macht den sieben dahin? Ich schlick halt jetzt auf dem Dach, ne? Ja, da komm ich irgendwie so schlecht hin, ne? Max, man, remind me. Let's get over. Der lebt, alter. Hier ist alles voll wieder. Bei mir, bei mir machten die mal so eine scheiß Party. Ja, hier einfach ins Haus rein, oder? Oder willst du noch weiter? Ja. Keine Ahnung, hier ist ein nicer Schuppen. Wo? Oh, schweiß, schweiß, oder? Ich weiß es nicht. Aber hier laufen die bestimmt rum. LOL! Nee, lass mal lieber ins Haus. Lass mal lieber ins Haus. Warte, 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 stopp, sagt er. Und dann... Oh, fünf Sekunden. Bin zwar jetzt oft gestorben, aber ich hab auch immer fast... Meistens immer aufgeliebt. Oh Gott. Ja, normal, nicht? Die sind... Die sind hier in dem Gebäude, ohne Techmark. Oh, vielleicht haben sie da noch eine Pfad gebraut. Ich geh gleich mal gucken. Gleich, äh... Lass mich umdrehen. Glücklicherweise. Hier ist alles voll. In dieser Scheißhütte. Jo, der Nettik kassiert. Hey, er schießt mich schon oben ab. Ich hab den Rally gerade verlängert, bin direkt wieder da. Das ist ein Spawn. They got a Rally on attack. They have to. Junior, on my position. MSP, MSP. Where? Das ist kein MSP. Ich seh das Ding. Das ist ein normaler LKW. It's a trap. Ich hab gleich keine Money mehr. Shit. 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 Oh, aber das hat nochmal gesessen. No, keine Money mehr. Ach, kacke. Hast du wieder zu viel rumgesprayt? Ja. Tch. Oh, Nano-Marker. A lot of enemies in this building. No, 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 no. Komm, zeig dir eine Rübe Loll, ich glaub ich hab ihn in den Kopf geschossen Mit der Mauter Was ist denn er? Unfreundlich Schaut Der ist down Loll Der hat die Panzerfaust in die Rübe gekriegt Rallye ist hot Oh ja, aber wir haben gecapt Wo bist du, Banzer? Oder kommst du hier, dann können wir hier, ich bin direkt neben dir in den Banzer Das ist ja echt schlecht, weißt du nicht Ach, Gigi rein Ja, Gigi, Banzer Gigi 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 Bis zum nächsten Mal.